Gut. Die Rune ruft auf dem Weg. Da mach ich mal kurz einen Solo-Gang, um zu gucken, wie ich am besten an diesen Leichnam komme. Dann gehen wir die Geister vermöbeln. Dann müssen wir an der Wächterin hier vorbei wieder, um zum Spalt zu kommen. Dann gehen wir an der Wächterin. Oh, das ist hier unten. Oh, ich sollte wirklich einmal speichern. Hier, den Weg kommen sie nicht hoch. Mal gucken, die ist erst mal in Richtung hier unterwegs. Kommt sie jetzt gleich zurück? Nein, noch nicht. Gut. Nicht hier stehen bleiben. Hier stehen bleiben. Okay, ich habe großes Glück. Sie hat sie in die andere Richtung abgedreht. Das heißt, ich kann eigentlich hier wieder rausrennen, ohne dass sie uns bemerken sollte. weil sie wird erst wieder hier den Zwischenstopp einlegen auf dem Rückweg. Ach ja, das Fädenportal kann ich abschalten. So. Die Rune ruft. 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 Ist die Frage, geht sie noch in die Richtung weiter oder kehrt sie jetzt gleich um? Sie kehrt um. Okay. Die Rune ruft. Das heißt, hier bin ich sicher. Da ist sie weg. Das heißt, wir können jetzt erst mal Geister verkloppen gehen. Weil hier oben sind, glaube ich, nur Geister, keine Gargäulen oder ähnliche Schlotts. Die uns Böses will. Auf meinem Befehl. Schnell. Die dreht auch schon wieder um. Mir nach. Vorwärts. Schnell. Sofort. Zum Angriff. Schließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Und ja, Tars, die da, die haben schon ein bisschen... Also, sie halten was aus. Verstärkt die Deckung. Auf meinem Befehl. Sie sind überall. Die Rune befiehlt. Ja, aber die ist schockiert. Feindlicher Angriff. Scheinbar schon. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Ja, macht doch ein gutes Stück Schaden. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Auf mein Zeichen. Schnell. Sofort. Mir nach. Und los. Und ja, hier haben wir alles abgeklappert. Hier sind jetzt nur noch die Medusen unterwegs. Gegen die wir halt nix machen können. Weil guckt euch das... Falls ihr es seht, das ganze Blau hier an. Das sind alles Gargäulen, die sie aufwecken würden. Sie sind überall. Und los. Das heißt, wenn wir da was machen wollen würden, müssten wir systematisch die Gargäulen wecken. Und hier ist halt das große Problem. Die sechs auf einmal kriegt man nicht down. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Hey, gucken wir lieber erstmal, was Tarst... Feindlicher Angriff. Tarst die da bewachen? Ja, vorwärts. Auf meinen Befehl. Schnell. Gebt ja noch ein paar Farms. Für die Freiheit. Oh, und darum sind viele von Tarst-Dienern... Schließt die Reihen. Also die zwei bewachene Trügel. Schlagt sie zurück. Mir nach. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Kämpft, Männer. Verstärkt die Deckung. Plexor mit Tarst-Dienern... Ah ja. Ne, bewacht sie. Und noch mehr Kisten. Der ist auch noch eine Kiste. Und los. Mir nach. Für den Orden. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Mannerraub. Ob Mannerraub was bringt? Verstärkt die Deckung. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Wir schlagen ja schon auf sie ein. Grünes Juwel. Zwergenaxt. Schnell. Sofort. Okay. Schnell. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, ich glaube noch ein Level ab. Dann können wir... ...die Rüstung tragen, die ich gern tragen möchte. Wo ist sie denn? Genau. Felskopf. Panzer. Können wir auf der nächsten Stufe... Auf meinen Befehl. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Die Rune ruf. Zu Befehl. Auf mein Kommando. Oh. Folgt mir. Folgt mir. Für die Freiheit. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit. Sie sind überall. Sie sind überall. Sie sind überall. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Okay, das sind ein paar viele Geister, aber... ...die machen ja zu nütlich viel Schaden. Schlagt die Reihen. ...ja, Zauber geht mal durch. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Ja, so kriegen wir die ziemlich gut gleichgeprügelt. Gott sei Dank. Sie sind überall. Ich glaube, hier kommt man nicht runter. Das heißt, nur zierte. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Tars-Kopf. 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 Ja, vorwärts. Folgt mir. Schnell. Wer auch immer gerne den Kopf des Dekromanten hätte. Bei Schienen einer Ritterrüstung. Okay. Folgt mir. Aber ja, ich glaube, darunter kommt man nicht. Leuchtfeuer, Nordland, Wams, Rotes Juwel. Rotrader Meisterarmbrust. Wuchtiger Kriegsstab. Zauber Aura der Gewandtheit. Vorwärts. Schnell. Mir nach. Nö, da gibt's keinen Weg runter. Schnell. Sofort. Ich will dann aber erstmal kurz ein bisschen... mit... Nebenquests weitermachen. Bevor wir uns entscheiden, ob wir zuerst nach Fahdorpsheim oder zuerst in den. Vorwärts. Äh, Spalt gehen. Wobei ich eher für Fahdorpsheim bin. Also ja, ich will die Erdenklinge in den Windfallbergen abgeben. Wobei das mit der Erdenklinge... Wobei das mit der Erdenklinge... Das kann eigentlich alles noch warten. Erstmal. Auf mein Kommando. Auf mein Kommando. Folgt mir. Sofort. So, da steht's hier doof. Folgt mir. Jetzt wird sie dann erstmal hier hochkommen. Hier her. Und da da lang gehen. Das heißt, wir können unten lang. Oder durch die Mitte durch. Na doch, ein halbes Level. Da kann ich das Ding anziehen. Ja, jetzt kommt sie erstmal hier hoch. Aber ich glaube, du bist hierher ungefähr. Ja. Ja.